Ja Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es mal um eine Serie, auf der ich schon sehr, 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 sehr oft darauf hingewiesen wurde und dass sich Leute gebeten haben, dass ich mal um diese Serie spreche. Und zwar habe ich mir sowohl auf Google und auf Amazon die erste und zweite Staffel von Chucky gekauft. Ja, man kann sich die kaufen bei Google und bei Amazon. Ich habe sie hier halt bei YouTube, kann ich sie dann gucken. Und Staffel 2, wie gesagt, bei Amazon. Muss dazu leider sagen, ich habe mir Chucky 2 bei Amazon bestellt aus folgendem Grund oder gekauft. Also bei Amazon Prime Video, nicht dass ihr jetzt denkt, ich habe mir die DVD gekauft. Nein, das ist alles online halt im Streaming. Also da muss ich leider etwas sagen. Leider habe ich nur die englische Synchro bei Amazon für die Staffel 2. Das heißt, während ich die erste jetzt noch auf Deutsch gucken konnte, muss ich die zweite jetzt auf Englisch schauen. Stört mich zwar jetzt nicht wirklich, nervt mich aber trotzdem, weil so gut im Englisch bin ich jetzt auch nicht, weil noch nicht mal die Untertitel sind hier auf Deutsch. Also ich gucke das komplett auf Englisch dann. Das bedeutet, ich weiß nicht überhaupt, ob ich zu Chucky 2 meinen Senf dazugeben kann, weil ich nicht weiß, wie viel davon ich jetzt mitkriegen würde von der Story her und wie viel nicht. Aber wir kommen erst mal zur ersten Staffel. Ja, die Chucky Serie geht ja da weiter, wo sozusagen Kult of Chucky aufgehört hat. Es geht direkt nach Kult of Chucky weiter. Tja, dementsprechend wundert es sich nicht, dass wir hier und da wieder mehrere Chucky zu sehen haben. Alte Bekannte wieder auftreten, wie Nika, Tiffany sowieso, aber auch Andy Barclay und Kyle, die wieder da sind. Aber wir bekommen es erst mal mit unserer Hauptfigur Jake zu tun. Jake ist ja ein homosexueller kleiner Teenager-Junge, der laut den Beschreibungen wohl erst 14 Jahre alt ist. Und er muss halt damit klarkommen, dass er, also fangen wir erst mal da sofort an. Die erste Folge der ersten Staffel fängt damit an, dass wir Jake sehen, wie er gerade in so einen Verkaufsstand geht. Und da sitzt sozusagen Chucky. Und er möchte die Gutgeldpuppe haben für seine Skulptur voller Puppenköpfe und so weiter. Weil seine Mutter wohl auch Künstlerin war, aber seine Mutter ist gestorben an einem Autounfall, was wir dann später erfahren. Und ja, es geht dann halt darum, dass er dann sagt zu der Verkäuferin, sie sagt, sie will 20 Dollar dafür haben. Jake sagt, aber das ist ja, ist ja schon ein bisschen älter. Machen wir 10 Dollar und dann sagen sie, okay, 10 Dollar. Und dann muss ich sagen, so komplett dämlich, er geht dann wieder weg, macht dann Kopfhörer rein, hört dann den Podcast von Devin. Zumindest lernen wir Devin bald kennen, also wir lernen ihn dann halt kennen. Erst denkt man sich, ach, das ist doch der Podcast-Junge, cool, die gehen ja zusammen in der Klasse und auf der Schule. Und bald lernen sie sich so kennen, dass sie, das spoilere ich jetzt einfach mal, dass die dann in der Serie dann noch zusammenkommen und sich dann sozusagen leben. Also die werden halt ein Paar. Jedenfalls, viel lustig, er schickt sich dann den Kopfhörer rein, um dann halt den Podcast zu hören. Und die Verkäuferin so, hm, da hat ja jemand mein Küchenmesser geklaut. Hm, naja, was soll's. Wo ich mir auch dachte, du willst einen Messerblock verkaufen, wo ein Messer fehlt? Was? Okay, war auch nicht schlecht. Aber na gut, wenn sie es will. Natürlich, jeder, der Chucky kennt, weiß, natürlich hat Chucky das Messer eingesteckt und das hat er ja auch. Ey, komm, ey, wir reden hier von Chucky. Also, wer jetzt denkt, wir hatten das Messer. Na ja. Auf jeden Fall lernen wir dann sein Vater kennen, sein Vater Lucas, der nur am Saufen ist und gar nicht damit klarkommt, dass sein Sohn schwul ist. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde die Idee, dass der Hauptcharakter homosexuell ist, recht interessant. Also, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass mal wirklich so, wie wir es hier haben, sogar mit LGBTQ-Fahnen im Hintergrund, also diese Regenbogenfahne da, also die hat Jake dann im Hintergrund. Und wie gesagt, sein Vater kommt darauf nicht klar, dann treffen sich die Familie, sag ich mal, dann sein Bruder Logan, seine Frau und der Cousin von Jake, halt Junior. Und, ja, sie streiten sich halt wieder und, ja, Logan sagt zu Lukas, wenn du Hilfe brauchst, dann sag uns Bescheid, ich bin dein Bruder, ich werde dir helfen, daraufhin rastet Lukas aus. Ja, Junior und Jake haben sich auch in den Haaren und im Endresultat, die hauen ab und Lukas rastet so aus, dass er erstmal kurzerhand diese Skulptur von Jake kaputt trümmert, woraufhin dann Chucky wiederum dann in den Keller erstmal einen sehr komischen Kill hinlegt. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich hab mich ja gestern mit Willi unterhalten, mit der arme Willi, ich hab um 22 Uhr die Serie angefangen und ich hab mich die ganze Zeit wachgehalten. Oh Mann, auf jeden Fall, also glaube ich zumindest, dass ich ihn wachgehalten habe, ich weiß es jetzt nicht, also er hat sich in manchen Audios ganz schön müde angehört. Auf jeden Fall hab ich dann, also gab's dann den Kill, ihr müsst euch vorstellen, Chucky hat die Whiskypulle leergesoffen, die er da hatte, nur um dann auch den Vater vor die Füße zu kotzen, der da in diesem kaputten Stromkabel da steht, damit er an einem Elektroschock stirbt. Wo ich mir auch dachte, was zum Teufel, ihr müsst euch vorstellen, Chucky steht da so, er kotzt dann Whisky da aufs Wasser und er kriegt Stromstäbe und Chucky immer so, ich glaube, ich blende die Zähne hier mal ganz kurz ein, dann könnt ihr sie hier sehen, während ich jetzt einfach mal weiterlaufe. Also exzellente Zähne, die kam auch so ohne Kontext, also die ersten beiden Kids waren wirklich so, wo ich mir dachte, erst tut er da diese Flüssigkeit aus sich rauskotzen und als zweites, es gibt noch eine Hausfrau. So, ihr müsst euch vorstellen, nachdem Lucas tot ist, nimmt halt Logan seinen Neffen auf, kümmert sich um ihn und die haben eine Hausfrau, ich hab jetzt, ich glaub, die hieß Anne, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich glaub, sie hieß Anne, ich hab mir jetzt den Namen nicht aufgeschrieben, ich hab auch generell zur Serie und so nicht recherchiert, weshalb diesmal auch keine Hintergrundinformationen kommen. Das, was ich euch sage, ist alles hier aus dem Kopf. Auf jeden Fall, sie wird dann auch von Chucky ermordet, aber auch ohne Kontext ein bisschen vorstellen, die macht ein bisschen sauber, tut sich halt um das Haus kümmern, guckt dann in die Spülmaschine rein und auf einmal rennt Chucky auf sie los, schubst sie und sie knallt in das Messer, also die Klinge von den Messern zeigt nach oben und die fällt da voll rein und stirbt. Und ich dachte mir so, oh, der Kontext, so mitten aus dem Nix kommt da Chucky auf sie, zugerannt, schubst sie da rein und sie ist tot und ich dachte mir so, okay. Eine Sache hab ich noch vergessen, Chucky tötet natürlich die Katze, aber wie er das gemacht hat, wissen wir nicht, das find ich auch geil, das muss ich jetzt sofort sagen. Am Ende der achten Folge sehen wir nochmal Chucky, wie er da sitzt und nochmal sozusagen die Morde, die Hype passieren lässt, indem er sagt, ich hab jemanden mit einem Elektroschock getötet, jemand ist in die Spülmaschine gefallen, ich hab jemanden enthauptet, jemand wurde erschlagen und er hat's verdient, kommen wir nochmal dazu, wer erschlagen wurde. Ja, und dann das Witzige ist, zum Schluss sagt er, ach ja, und die Katze, aber das überlasse ich eure Fantasie, wie ich sie getötet habe. Und das fand ich recht cool gemacht, muss ich sagen. Vor allem wie Chucky sozusagen zu uns Zuschauern redet und sagt, na Leute, ich hoffe, euch gefällt meine neue Serie. Fand ich cool. Echt, also mit so einem Ende der ersten Staffel hab ich nicht gerechnet, dass dann einfach Chucky da sitzt und sagt, ihr wollt doch bestimmt wissen, wie es weitergeht. Naja, die Kinder haben Happy End und das Beste, tote Eltern und dann fängt er an zu lachen. Naja. Jedenfalls, um dann nochmal weiterzukommen, Chucky ist ja auch einer, der versucht hier in der Serie, jemanden dazu zu bringen, jemanden umzubringen. Ähm, man könnte sagen, es nervt, weil er erst geht da zu Jake, sagt, bring Lexi um, weil Lexi ist doch ein richtiges Arschloch zu dir. Und ich muss sagen, Lexi ist eine Person, die ging mir in den ersten Folgen so auf den Piss, die hat mich so mega aggressiv gemacht. Und den Höhepunkt, wo ich wirklich das Kissen vor mir gehalten habe und reingeschrien habe, ist, ich weiß, es ist ja alles nur geschauspielert, aber Jakes Vater ist tot, er muss damit klarkommen und die alte, dämliche Kuh verkleidet sich auf der Party als sein Vater und steht da so So wegen Elektroschocks, versteht ihr, was ich meine? Und dann zittert man ja immer so. Das hat sie auch nachgemacht, um ihn damit so richtig zu verletzen und zu mobben. Wo ich dann da nur saß und mir dachte, boah, Mädel, ich könnte grad, oh, wie ich dir, mhm. Wirklich, da dachte ich mir so, das ging vollkommen zu weit. Vor allem, sie beleidigt seinen Vater aufs Tiefste mit dieser Scheißaktion, aber beschwert sich dann darüber, als es wäre Mobbing, weil Chucky auf der Bühne das Handy von ihr vorgelesen hat. Also das ist ja wohl das harmloseste gewesen gegenüber dem, was die Jake angetan hat, aber egal. Ja, das waren so jetzt Folge 1 und 2 zusammengefasst. Ich rede, by the way, gerade kreuz und quer durch. Also nicht, dass wir hier durcheinander kommen. Auf jeden Fall soll dann Lexi, soll dann Jake umbringen. Sie sagt auch, sie macht es, aber das macht sie nur, um Chucky sozusagen abzulenken. Dann kommt Caroline, das ist die kleine Schwester von Lexi. Die dreht auch, die ging mir auch in den Filmen so auf den Nerven. Wie sie da ständig rumgeschrien hat, weil sie Chucky haben will. Boah, ging mir das auch. Nee, 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 wirklich. Oh, ihr müsst euch vorstellen, sie sitzt auf dem Boden und kriegt eine Puppe, schmeißt sie weg. Äh, nee. Dann kriegt sie eine Brille und dann wieder, äh, nee. Und dann schreit sie, ich will Chucky, ich will Chucky, ich will Chucky, ich will Chucky. Und ich dachte mir so, und ich will, dass du die Fresse hältst. Boah, die ging mir wirklich, meine Güte. Vor allem, das Geilste ist, das springe ich wieder eine Szene weiter. Ähm, Lexi macht eine Party. Und Chucky tötet Oliver. Oliver ist irgendwie wohl, wie wir es verstanden haben, die Affäre. Also, Lexi ist eigentlich mit Junior zusammen, aber gleichermaßen hat sie auch Gefühle für Oliver. Chucky tötet auf jeden Fall Oliver auch recht los. Ihr müsst euch vorstellen, Oliver geht oben lang und Chucky sticht ihn so ins Bein. Er fällt um und Chucky ist die einzige Antwort. Ups, Entschuldigung, das war mein Fehler. Ich dachte, du wärst Lexi. Naja, egal. Und dann sticht er trotzdem auf ihn ein. Ja, was ich auch interessant finde, ist, in der Serie sehen wir ein paar Flashbacks von Charles. Wie er, ähm, sozusagen als Junge seinen allerersten Mord hatte, indem sein Vater ermordet wurde. Und Charles dann kurzer Hand erstmal, also sein Vater wurde vor den Augen von Charles ermordet. Charles und seine Mutter verstecken sich in den Kleiderschrank. Der Mörder macht den Kleiderschrank auf. Und Charles steht da mit dem Messer und sagt, ich hab dir geholfen. Und der Typ sagt so, du warst echt Eierkleider. Und das ist auch eine Sache, die Chucky sich andauernd merkt. Also das, was der Mörder zu Chucky gesagt hat, sagt Chucky andauernd zu den anderen. Naja. Also das fand ich recht interessant, dass wir hier diese... Wir sehen, wie Charles damals Tiffany kennengelernt hat. Seinen allerersten richtigen Mord. Dass er selber in der Pflegefamilie war. Macht ja auch Sinn, er hat ja keine Eltern mehr gehabt. Waren ja beide tot. Also fand ich schon interessant. Muss ich sagen, vor allem dann, weil dann das auch vom Alter her passend war. Ihr müsst euch vorstellen, beim Anfang, das war, was waren das, in den 50ern, glaube ich. Hatten wir das so gehabt. Oh Gott, was trinkt man halt, ist trocken. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Am Anfang hatten wir das so gehabt. Es war schwarz-weiß. Und so richtig altes Fernsehen halt, müsst ihr euch vorstellen. Ganz altes Fernsehen. Und dann sind wir in den 80er Jahren gesprungen. Und da hatten wir dann so ein 4 zu 3. Aber mit Farbe und so. Also das fand ich richtig interessant. Also sprich, je mehr man in seiner Hintergrundgeschichte immer weiter kam, desto mehr hat sich sozusagen auch das Bild verändert. Und das fand ich schon wirklich sehr interessant. Ja, wir erfahren dann übrigens auch, dass Tiffany schuld ist, dass die Polizei damals auf Chucky getroffen ist. Gut. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber egal. Also ich habe es nicht verstanden, inwiefern jetzt sie daran schuld sein soll. Weil, gut, es wurde ja erklärt, weil Chucky berät sich ja gegenüber Tiffany wie ein Arschloch. Denkt ja nur an sich selber. Ja gut, aber egal. Auf jeden Fall, ab Folge 5 taucht dann Nika wieder auf. Als Chucky. Und da gab es so eine Sache, wo ich mir dachte, What? Ihr müsst euch vorstellen, beide pimpern gerade. Also Tiffany und... Ja, was heißt pimpern? Also Tiffany und Nika, also Chucky, besser gesagt, sind gerade am Rummachen. Einen Mann haben sie ermordet, der andere ist gefesselt am Stuhl. Ihr müsst euch vorstellen, Chucky geht zu ihm hin. Tut ihn halt ein bisschen mit ihm spielen. Man kennt ja Chucky, wie er ist. Nur halt diesmal in den Körper von Nika. Für die Leute, die Cult of Chucky nicht kennen, hier nochmal eine ganz kurze Erklärung. Am Ende von Cult of Chucky tut sich Chucky seine... Also tut Chucky seine Seele in den Körper von Nika rein. Und nachdem ist Chucky Nika. Also sprich, diese Person hier. Das ist Nika. Und seitdem ist Chucky halt in ihren Körper drin. So, was ich interessant fand in dem Film. Chucky tut den einen, hier so eine Schnittvollüpfung zu fügen. Und verwandelt sich unplötzlich in Nika zurück. Unplötzlich. Unplötzlich sackt die da zusammen. Und Nika sagt, Hilf mir, bitte hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Und er so, willst du mich verarschen? Also der Typ, der gefesselt ist, so, willst du mich verarschen? Und sie so, nein, ich bin kein Mörder, bitte hilf mir. Und er so, weißt du, du bist kein Mörder? Ich habe doch genau gesehen, wie du und die anderen ihn getötet haben. Also ganz interessant. Und dann erfahren wir, also Chucky kommt dann zurück. Nachdem der Typ, der gefesselt war, Nika eine geknallt hat. Weil Nika wollte ihn eigentlich vom Stuhl holen. Aber da er ja Angst hatte, hat er Nika eine geknallt. Und Nika ist dann wieder zu, ja, also zu Chucky geworden. Also sie war dann wieder besessen. Und ich habe mir gedacht, hä? Aus welchen Konten? Also, hä? Sie sieht Blut, verwandelt sich dann zu Nika zurück, damit sie dann eine geknallt kriegt, damit sie dann wieder Chucky wird. Hä? Das habe ich echt überhaupt nicht verstanden. Ja, warum mir jetzt so viele Chucky's gibt? Chucky kann seine Seele aufteilen. Haben wir das auch schon mal geklärt. Ich hatte ja in meiner Review gesagt, ich verstehe nicht, warum es hier vier Chucky's gibt. Jetzt wissen wir es, er kann seine Seele aufteilen. Und ja, es gibt vier Chucky's. Den Chucky-Kopf und die drei, die im Krankenhaus rumlaufen. Ah. Naja. Ja. Wie ich schon gesagt habe, Andy und Kyle tauchen höher auch wieder auf. Ähm. Recht interessant. Äh. Ich finde den Schauspieler recht cool. Ja, und ähm. Junior tötet übrigens den Vater, äh, seinen Vater, den Logan. Gespielt übrigens von selben Schauspieler. Ich habe jetzt den Namen nicht aufgeschrieben, wie gesagt, nicht recherchiert. Aber der Schauspieler, der Lucas gespielt hat, hat eine Doppelrolle. Nämlich, also Lucas und sein Bruder spielt er beide. Ähm. Lustig, dass er dann in der Serie eigentlich so gesehen zweimal stirbt. Aber egal. Äh. Auf jeden Fall geht es darum dann, dass, äh, also Chucky redet immer auf ihn ein und sagt, deine Mutter, äh, dein Vater ist an den Tod deiner Mutter schuld, obwohl Chucky hier dran schuld ist. Äh. Übrigens ja auch eine dramatische Sache. Seine Mutter hat Krebs im vierten Stadium. Aber will sich nicht helfen lassen, weil sie nicht will, dass die Familie dann den Stress auf sich dann sitzen hat. Und steht dann am Fenster und Chucky kommt dann mit so einem Wagen, der auf sie zuknallt und sie fliegt dann durchs Fenster und knallt dann genau auf das Auto, wo ihr Sohn gerade drin ist. Was sich outdacht. Ich dachte mir so, also da habe ich mir selber den Kiel kaputt gemacht, weil ich da jetzt saß und dachte, oh nein, sie knallt doch jetzt nicht auf ihr eigenes Auto, wo ihr Sohn drin ist. Natürlich passiert das. Sie knallt direkt auf das Auto, wo ihr Sohn drin sitzt. Ähm. Ja, auf jeden Fall, Tiffany kommt dann zur Trauerfeier der Mutter und küsst dann natürlich Logan. Woraufhin dann der Kleine, also, stimmt ja eigentlich, Junior ist der Kleine, aber wenn er Junior dann durchdreht und sagt, wer war die Frau, du hast die Mama einfach betrogen und Chucky nimmt natürlich immer weiter Salz in die Wunde. Er sagt natürlich, dein Vater ist ein Arschloch, er hat deine Mutter betrogen, obwohl sie Krebs hat. Hat er natürlich nicht, aber ne. Und daraufhin haben die beiden sich so gestritten, weil dann halt Logan auch Alkohol gesoffen hat, dass dann Chucky, also Chucky selber hat geredet, hat gesagt, du trinkst genauso viel wie dein Bruder. Also er hat ihn richtig fertig gemacht, daraufhin ist dann sein Vater ausgerastet, wollte dann auch die Puppe haben, aber Junior hat gesagt, nein. Und dann kam es dazu, dass er dann, ja, Chucky dazu verwendet hat, um dann auf seinen Vater einzuschlagen, bis er tot ist. Das Witzige ist, wir sehen nur noch seinen Vater, wie er so richtig eingeschlagenes Gesicht hat und dann sehen wir noch eine Nachnahme von Chucky, wo er immer nach oben und unten geht und Chucky dann so, ui, dann bam, das fand ich recht lustig gemacht, muss ich sagen. Der Humor in dem Film ist sowieso richtig bitterböse. Zum Beispiel, wo Jake Chucky konfrontiert wegen dem Tod seines Vaters und Chucky dann sagt, was denkst du eigentlich, was ich vorhatte? Was glaubst du, dass ich ihn um eine Umarmung bitte? Wo ich dann hier nur saß und mir dachte, ja, das ist Chucky, wie ich ihn irgendwie, wie ich ihn kennengelernt habe, diesen bitterbösen Humor, den er ja so richtig eigentlich erst ab, ja, eigentlich schon ab Teil 3 hatte, wo er da den Chef da stranguliert hatte und gesagt hat, es gibt nichts Besseres, als jemanden zu strangulieren und den Kreis auf den Sturm zu behalten. Ja. Ja, ich bin jetzt schon bei fast 20 Minuten, ich habe so viel von dieser Serie zu erzählen, weil es gibt doch viel. Achso, um nochmal darauf zurückzukommen, was wir herausgefunden haben, wenn Chucky jemanden Unschuldiges dazu bringt, dass er jemanden ermordet, hat Chucky die komplette Armee und mit einer kompletten Armee meine ich, dass auf einmal 72 Chucky-Puppen, besessen von Chucky, wohlgemerkt, dann auf einmal im Keller seines alten Hauses steht, wo er den ersten Mord begangen hat, wo ich dann auch da saß und mir dachte, say what? Also ich habe mir wirklich gedacht, 72 Chuckys, jetzt dreht die Serie komplett durch. Wirklich. Jetzt dreht die komplett durch. Das Witzige ist, Chucky selber wird auch nochmal von Tiffany ermordet, weil Tiffany, also Chucky sagt, Tiffany soll Nika ermorden, sie will das aber nicht, weil Nika dann wieder sich zurückverwandelt hat, nachdem Tiffany, Chucky sozusagen in Nikas Körper eine geknallt hat und Nika dann wieder sich zu Chucky verwandelt hat. Naja, es ist schwer zu erklären, ihr müsst euch die Serie selber angucken, dann versteht ihr, was ich meine. Jedenfalls sagt dann Chucky, töte sie, aber Tiffany will es nicht, dann soll Junior sie töten, Junior macht es auch nicht, daraufhin geht dann Tiffany auf Chucky los und tut ihm erstmal den Kopf abschneiden. Kann man machen. Tut dann auch noch eine Falle aufstellen, wo dann Geländer wieder erwähnt wird, kennen wir ja, Chucky's Baby, wo ich die ganze Zeit Angst habe, dass der noch einen Serienauftritt hat, weil man einen Puppenkopf von ihm sieht auf dem Cover von Chucky. Wenn ich dran denke, tue ich hier auch nochmal ein Bild einblenden. Da sitzt Chucky auf dem Thron und an den Lehn vorne hat man auf der einen Seite den Kopf von Glenda und auf der anderen Seite von Tiffany als Puppe natürlich, die ja auch nochmal auftaucht in Folge 8 am Ende. Fand ich recht lustig. Aber es ist eigentlich klar gewesen, dass die nochmal auftaucht, weil in Kult of Chucky war sie ja am Ende auch nochmal zu sehen. Genau, soviel dazu. Ja, ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie viel ich noch zur Serie erzählen soll, aber wir sind bei 20 Minuten. Ich hab auch noch viel zu erzählen wohlgemerkt. Also hab ich wirklich. Unter anderem, ja, dass zum Beispiel Lexis Vater ermordet wird von Chucky, dass wir eine Frankenstein-Anspülung haben, in der Frankenstein im Kino läuft und die Leute, die dann Tickets für Frankenstein kaufen, das Geld spenden sie dann an so einem Krankenhaus für schwerbehinderte Kinder. Zumindest will das die Bürgermeisterin machen, aber die wird total gehasst. Und sie hat doch selber andauernd Ehe streiten mit ihrem Mann, weil sie selber kommt mit dem Verhalten von Lexi nicht klar, weil Lexi war ja, wie gesagt, die richtige, ne? Und sie geht daraufhin dann Lexi immer an und der Vater sagt, komm, lass sie doch jetzt mal in Ruhe. Naja. Ich weiß nicht, hab ich jetzt noch eigentlich was vergessen? Also Jake kommt ja mit Devin zusammen. Ja, Jakes Familie ist eigentlich komplett tot. Vater tot, Onkel tot, Tante tot, Cousin tot, alle tot. Nika habe ich schon erklärt, dass sie wieder da ist, Tiffany ebenfalls. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Serie jetzt weitergehen wird, wie das mit diesen 72 Chucky-Star und so geregelt wird jetzt, also wie das jetzt zustande kommt. Da bin ich definitiv mal gespannt. Genau. Gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Kann ich die Serie empfehlen? Für Chucky-Fans ja, ich muss aber sagen, also am Anfang, die ersten beiden Folgen dachte ich mir, ja, die Serie voll geil, aber irgendwann hat die Begeisterung mich etwas verloren, weil, ja, Lexi ging mir auf den Sack, Caroline ging mir auf den Sack, dann Chucky, der jedes Mal, anstatt selber mal zu töten, jedes Mal versucht, die anderen vorzuschicken, wo ich mir auch denke, so kenne ich Chucky gar nicht. Wir wissen jetzt, warum er es gemacht hat, damit er seine Armee bekommt, aber trotzdem. Ja, es gibt bei der beiden nur eine lustige Szene, in der zweiten Folge müsste es gewesen sein, da zweite Folge ist, oder saures heißt die, wo Chucky sich tatsächlich eine Hello Kitty Maske übergezogen hat, um dann halt als kleines Kind von Straße zu Straße zu gehen, also von Tür zu Tür, relativ lustig. Genau. Achso, und die Mutter von Jake stirbt auch, äh, nicht die Mutter von Jake, sondern von Devin wird auch noch getötet von Chucky. Genau. So viel dazu. Ich persönlich habe ein bisschen meinen Spaß mit der Serie, muss aber leider gestehen, dass ich halt auch kein riesen Fan von Kult of Chucky bin, weshalb das natürlich jetzt für die Serie ein kleiner Nachteil ist, dass die natürlich direkt nach Kult of Chucky spielt. Und ich muss auch leider gestehen, dass man die Effekte seltsam ist, also wo Chucky die, ähm, die Direktorin der Schule enthauptet hat und der Kopf auf die Bühne, ähm, geschmissen wird, während dieser Talentshow da, ähm, müsst ihr aber darauf achten, ist untenrum, wo das Abgetrennte ist, ist alles unsichtbar. Das sieht extremst eingefügt aus, ähm, also manchmal habe ich echt das Gefühl gehabt, dass die, äh, von den Effekten her mehr in die Chucky-Puppen gesteckt haben, als in Blut- und, äh, äh, Splatter-Effekte. Naja, ist aber auch jetzt egal. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bin mal gespannt, ob ich zur zweiten Staffel jetzt dann auch noch eine Review mache. Wie gesagt, wirklich bringt es mir nicht, weil ich selber gucken muss, wie viel ich davon überhaupt mitkriege. Gut, dann bedanke mich nicht fürs Zuschauen, haut rein Leute und ciao.